Die kanadischen Fahrlaufmeister auf der Eisfläche hier beim Schaulaufen der Weltmeisterschaften. Die meisten laufen in Halifax. Und zwar Cindy Landry, Lyndon Johnson, die ersten der kanadischen Meisterschaft. Und Christine Huff, Duke Le Dres, die zweiten mit einer Doppelfahrlaufnummer. Wir öffnen den zweiten Teil dieses Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillengewinnern. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillengewinnern. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillen. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillen. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillen. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillen. Die Karte ist ein Schaulaufen mit den Silber- und Goldmedaillen. Und das hat man noch nicht gesehen. Eine Doppelfahrlauftür gezeigt von den neunten der Fahrlaufkonkurrenz hier bei den Weltmeisterschaften Cindy Landry, Lyndon Johnson und den sechsten Platzierenden bei den Weltmeisterschaften Christine of Youth That Rain. Beide Fahrer aus Kanada. Was übrigens ganz witzig ist, Sie sehen jetzt, dass die Zuschauer in den Gängen laufen dürfen. Das dürfen sie nämlich nur, wenn ein Vortrag auf dem Eis beendet ist. Danach stehen die Ordner da und es geht nichts mehr. Man darf sich keine zehn Zentimeter mehr von seinem Platz wegbewerfen. Wegbewegen.